Jetzt haben wir alle raus. Sascha. Ja, ich habe sicher eine Maske anhat. Sascha hat ihr. Da gibt's alle keine Maske an. Stimmt. So. Okay, was geht jetzt? Habe ich? 3, 2, 1, los. Ich bin mein guter Ziel. Jetzt haben wir jeden eingespielt. Jetzt haben wir jede Person. Ich schreibe wie eine Olle und... Ja, Möde ist für die vierte Person zuständig, dass sie mitspielt. Ja, wir brauchen ja. Normal könnte man das locker zurzeit machen. Ja, auch. Wir schleifen euch ja eigentlich nur mit durch. Ja, ihr seid nur für die Anzahl da. Aber jetzt werden wir es schon schaffen, Sascha. Ja, das ist jetzt glaube ich an uns. Nur kein Fehlschuss erlauben. Ja, das ist jetzt... Also du sagst hinterm Auto war. Dann gehen wir am besten dort oben hin, wo der eine stand. Dann gehen wir von oben nach unten. Der stand hinterm Auto und hat quasi dann... sich da bewegt. Den habe ich dann rausgekommen. Vielleicht hätte das noch überhaupt geschossen, aber... Ja, der... Na, es ging schlecht, weil das Auto war davor und unten hat man seine Beine auch nicht durchgesehen. Ah, verschwind. Boah. Falsche Waffe, schräg dich. Nein, du bist der Richtige. Nur ähm... Dings. Okay, 3... 2... 1... Schutz. 1... 2... 4... 1... 7... 8... Samplementser... 6... 2... 3... 2... 3... 2... 3... 4... 3... Ich nehme wieder den ersten, der was nach links rauskommt, der was am weißen nach rechts geht. Der kommt raus hier, kann auch. Wir sind gerade schneller gewesen als vorhin. Ja. Oh, diese ganze Anstrengung hier. Da ist Spannung pur und hier ist Spannung pur. Aber wir verlieren da halt durch ziemlich viel Zeit, wenn wir hier blöd rumstehen, aber anders können wir es nicht machen. Hatten wir überhaupt bei der eine, wo der eine das alles gemacht hat? So, der erste ist meiner, der zweite hast. Drei. Drei. Ein. Schuss. Scheißdreck. Vollidiot. Ich hab ihn. Hab ihn schon. Gut. Das war mit dem Kreuz. Ja. Kannst du die mal bitte anhalten? Die zweite Person. Ja. Stopp. Mal aufpassen. Wo die, die da unten aufpassen, die dürfen nicht zu weit leise gehen. Ja, jetzt mal gucken. Den einen sehe ich da und der zweite? Versuch du mal von anders. Warte mal. Wir leuchten da außen rundherum. Du. Ja. Ja. Der zweite sitzt da in deinem Auto. So. Passt den, oder? Ja. Drei. Zwei. Eins. Schuss. Passt. Jetzt muss jemand raus und das Auto holen gehen. Äh, soll ich? Kann ich jetzt unten durchlaufen, oder? Unten kanns durchlaufen, ja. Müsst ja frei sein, alles. Welches Auto? Hey, hier. I get the car. Wir können hier drinnen warten, dann. Muss ich das hier drinnen nehmen, oder? Ja. Ne, draußen das, mit dem wir hier gefahren sind. Oh, hier ist nämlich auch so eins. Oder? Ja, oder das da drinnen. Ne, das. Was blau angezeichnet wird. So, ja, okay. Ist uns das, ja. Der, was draußen ist. Ja, die geht jetzt mit dir, die Olde. Du sollst ja halt mitgehen. Wie war denn das mit den Hecken da? Da war ja auch noch was, gell? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, in der Garage. Sollen wir da jetzt hier reingehen? Nein, wir müssen warten, ins Fahrzeug. Ja, steig ja ne, ins, ins Wind. Kann ich da irgendwo durchfahren, dann, oder? Ja, ganz normal, da. Da wo du rausgehst. Aber das haben wir, wir haben es jetzt geschafft, Schwäfte. Ja, auf den Tag nicht von Abend loben wir. Wir wissen nicht, was noch kommt. Weiter haben wir es nie geschafft. Irgendwas war da noch mit der Garage, aber das haben wir nie geschafft hier. Kann man nicht erinnern. So, die sieht aber jetzt hier schon mal, dass wir es relativ weit sind. Sind wir, ich glaube, alle eingesteigen? Wart mal. Ja. Wart mal einsteigen. Okay, mach den Weg zur Rampe frei, mach den Weg zur Rampe frei und liefere den Instrument ab. Ja, fahr über mich drüber. Knacke die Garage. Da war's. Wirst du sein, oder? Du legst lieber. Kann schon. Der Techniker. Was ist denn das? Auf Zeit, okay. Gut. Was ist denn das für Scheiß? Mein Gott. Doch lieber ich dann. Willst du noch fahren, oder soll ich fahren? Oh, nur du. Boah, ey. Die letzten zwei sind überschwer. Ah. Sind quasi solche Balken und die haben ein Loch und die muss quasi genau auf der Linie stoppen. Oh, ja. Stoppen. Konzentration. Boah ey. Yo. Boah, das ist viel. drauf. Ich habe mich nur geflogen vor. Voll fette fliege. Ja, wie. Da. Kein. 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 Ich bleue deine Zeit, zwei Minuten Sascha. Pfu. Vor allem zuerst ruhig bleiben. Boah, ey, Mütz. Jetzt bleib ruhig. Halt die Fresse. Und dann müssen wir noch flüchten auch noch. Ja, sicher müssen wir flüchten auch noch. Ja, einsteigen. Ja, gehen wir mit F. Nee, nicht einsteigen, oder? Ja, müssen wir abhauen. Ist er mit dem Wagen oder zu Fuß? Wagen geht nicht, zu Fuß. Weißt, wir müssen schnell laufen. Ja, nur das Gelände. Nee, du musst weit weg. Ja, du musst auf den Berg hochlaufen. Ist sie dabei, ja. Kann man nicht in so einen Scheiß-Geldding? Nein, kannst du nicht einsteigen. Ja, gehen ja gerade eben schon. Raus und dann den Berg hoch. Nee. Das tut mir leid, aber es war... Ich müsste sie rausgeben. 40 Sekunden. Okay, hurry it up. We just lost connection. They're seeing live images on the security feed. Go, 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 go. Oh, du wirst du hin? Ich hoffe, dass es wieder rausgeht. Ja, ja. Es ist ein Stück, was wir hochlaufen müssen, aber... Wo ist denn eine Rolle? Ich hoffe, wir hinter uns. Läuft hinter uns, ja. Okay, weil hinter mir ist kein Aufläufig. Ja. Warum von Überwachungskamera ist er fast? Aber wir hätten noch mit dem Bus abhauen sollen. Das geht nicht. Es geht kein Auto rein. Aber mit irgendwas sind wir letztes Mal abgehauen. Nein, wir sind zu Fuß über den Berg gelaufen. Wer seid ihr denn? Ja, ich mit irgendeinem Trottel. Jetzt kriegen wir es hin. Oh, er muss sagen, du... Too slow. Zu langsam. Ja. Dass wir weiter weg müssten. Wir müssen über den Berg drüber. Erst auf der anderen Seite hat es gezählt damals. Also, ähm... Willst du dann hacken? Ja, wenn du mal sagst, worum es geht wird. Du hast quasi acht Balken, die quasi über so einen roten Strich laufen. Und jeder dieser Balken hat quasi ein Loch. Und du musst genau den Balken stoppen, wenn er genau bei dem Strich ist. Machst du einen Fehler, wird der Balken davor aufgehoben. Hast du drei? Ähm, nein, warte. Ja, jetzt. Geht los. Verstehe ich schon, wie du meinst. Ich will wieder spiel, was da geht. Das ist jetzt. Bei Äpfel, oder? Das ist doch nicht... Das ist ja wirklich scheiße. Gerade die letzten zwei, ich weiß es endlich. Ja, ich würde es ja auch machen. Was ist jetzt, ob es besser ist, ob denn du das jetzt machst, oder ich kann es ja jetzt relativ, und ja. Ja, wir wissen eigentlich, dass einer dann zurückgehen kann und den Wagen holen. Dann sparen wir uns auch schon jede Menge Zeit. Ja, das stimmt. Wenn wir den letzten Austausch schalten, boah, das erscheint mir so fast ins Dings reingelaufen. Äpfel, ich vergaß, ich vergaß, mein Gott. Keine Federmann. Mein Gott. Nicht zu rudeln, das bringt nichts. Ja. Wir haben ja genug, wir hätten noch genug Zeit gehabt. Das wäre ja ausgehoben, oder? Jetzt schaffen wir es. Haben wir schon davor gesagt? Ja, wir hätten es geschafft. Wir waren nur noch ein bisschen zu... Wir haben noch eine Minute. Ja, wir haben noch eine Minute. Ja. Soll ich dir ins Beinchen? So, irgendwie hier? Ja. Drei, zwei, eins, Schuss. Au. 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 Nimmst du den Oberen wieder? Erstmal hinten. Ja, meine ich ja hin. Ja, du stehst direkt vor mir. Ich stehe hier hin. Dann war das Kapitel. Du zockst. Nee, der andere Typ. So, ab den Oberen. Warte. Sag dir nur, ich sehe ein Visier ab. Ja. Drei, zwei, eins, Schuss. Wieder den Ersten. Jetzt kommen die Ausstürungen. Drei, drei, eins, Schuss. Ert ja rennt immer. Das ist kacke. Du, wir müssen etwas länger warten. die Position da zu erwischen ist kacke. Warum? Du brauchst ihn ja nur einfach nachfragen. Ja, aber der läuft quasi gerade um die Ecke rum und dann ändert er ja wieder komplett seine Bahn und ja, das muss einfach mitmachen. Die überkreuten sich da immer. Ja, aber du könntest vielleicht etwas warten, bis der die Bahn hat. Dann sehen sie uns ja schon. Wirklich? Wir haben ja keine Chance. Wenn ich den Vorderen mache und du den hindern? Ja, machen wir. Dann soll es einfach nachschießen. Ja, aber der löst ja dann wieder die komplette Summung und keine Ahnung. Warum? Du brauchst ihn einfach rechtsklick immer herhalten. Dann mach ich doch. Ja, dann machst du keine Summe. Das will ich auch so. Du kannst innerhalb von einer Sekunde einen zweiten Schuss abholen. Ja, da vorhin hat es auch geklappt. Stimmt, geht. Keine Ahnung. Oh, drei, zwei, eins, warte! Das ist immer ja, rüstig. Das ist so schnell dann. Ich sage ab jetzt du immer go, wenn du so weit bist. Ja. Jetzt irgendwie mehr Leute Kiki ist recht zurückgeruht. Nein, nein, da sind immer gleich viele. Großkaliberwaffen können mehr Gleisziele getroffen werden. Ich habe die ganze Zeit auf meine Tasse gerückt da habe ich mir gedacht, hm, warum bewege ich mich? Ich habe die ganze Zeit Vielen Dank.